Okay, sagen Sie mal, es geht mich zwar nichts an, aber Sie kaufen jetzt zum 10. Mal dieselbe Vorstellung eine Kinderkarte für sich. Können Sie mir mal sagen, was das so bedeutet hat? Ja, da hinten am Eingang, da steht so ein böser Mann und der reicht sich immer kaputt. Ja, da hinten am Eingang, da hinten am Eingang, da hinten am Eingang. Bananas, Bananas, Drudeba, Banan.